Ich habe gerade ein neunminütiges Video darüber gemacht, dass es einen neuen Kanal gibt. Ich werde zuerst dieses Video veröffentlichen und dann das lange Video, weil das lange Video vielleicht viel zu lang ist. Der Punkt ist, es gibt einen neuen Kanal, Let's Play and Learn German und alle meine Let's Plays werden stattdessen dort veröffentlicht. Der Link ist in der Beschreibung. Das ist die kurze Nachricht. Der Link ist in der Beschreibung. Es gibt einen neuen Kanal. Vielen Dank!